Hast du ein Karussell im Kopf? Möchtest du morgens mit klaren Gedanken entspannt in den Tag starten? Ja, dann bleib unbedingt dran, denn ich habe was für dich. Entdecke die Kraft der Natur, um dein Kopfkarussell sanft zu lösen. Hallo, ich bin Manuela, ich bin ganzheitliche Beraterin und ich zeige dir hier, wie du mit ganzheitlichen Methoden wieder in deine Kraft kommst. Weisst du eigentlich, wie kraftvoll deine Handflächen sind? Ja, mit deinen Handchakras hast du ganz viel Energie und du hast hier eine Methode, die ich dir gerne zeige. Und zwar kannst du ganz einfach deine Handflächen aneinander reiben, bis sie schön warm sind und du kannst dann deine Handflächen auf eine Stelle deines Körpers legen, dir ein bisschen Sorgen bereiten. Zum Beispiel eine Schulter. Ja, und schon kommst du in deine Selbstermächtigung. Weisst du, wie kraftvoll Lavendel ist? Ja, damit du ins Land der Träume besser eintauchen kannst, kannst du daran riechen, vor dem Schlafen gehen oder daraus einen Tee machen oder du machst so ein Lavendelsäckchen und dann kannst du auch das neben dein Kopfkissen legen und schon saust du ganz gemütlich ins Land der Träume. Selbstermächtigung war noch nie so einfach. Und hast du gewusst, dass du mit ganz einfachen Finger-Yoga-Übungen wieder in deine Kraft kommen kannst? Es ist ganz einfach. Man presst einfach die Finger zusammen und schon kommt man in die Kraft. Ja, und wenn du das um mehr erfahren willst, dann bleib unbedingt dran. Du hast es schon bis hierher geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Bleib unbedingt dran und sichere dir mein kostenloses Videotraining und wenn du weißt, dass Körper, Geist und Seele zusammengehören und wenn du dein Wohlbefinden in deine eigenen Hände nehmen möchtest. Ja, in meinem kostenlosen Videotraining werde ich dir erklären, was ganzheitliches Wohlbefinden wirklich bedeutet und wie man mit einer Gratis-Technik wieder das ganze Nervenkostüm in den Griff bekommt. Und was haben Löwenzahnblüten denn mit deinem Solarplexus zu tun und alle Organe, die da zusammenhängen? Also sichere dir unbedingt mein kostenloses Videotraining und klicke unten auf den Link. Ja, wohlfühlen und fit sein ist ganz anders, als du denkst. Ja, wenn du Lust hast, deine Reise zum ganzheitlichen Wohlbefinden jetzt anzutreten, dann melde dich jetzt für mein kostenloses Videotraining an. Ja, also wenn du Lust hast,